Sie wollen Ihr Leben kontrollieren, aber das Leben ist kein wissenschaftliches Experiment. Sie können Ihr Leben nicht ewig kontrollieren. Machen Sie eine Sache in den Semesterferien, die Ihnen Angst macht, okay? Ja. Das dient als Eintrittskarte für Minus Escape Rooms. Sei der Erste, der entkommt und gewinn eine Million Dollar. Wann fängt das Spiel an? Ich denke, das hier ist der Escape Room. Wir sollten nach Hinweisen suchen. Das hier sieht wie ein Thermostat aus. Wird ziemlich warm hier drin. Wie kommen wir hier raus? Es sind 451 Fahrenheit. Ich hab's! Das nenne ich mal wirklich eindringlich. Blöde Frage. Sind wir draußen? Wer macht so was? Die wussten alles über uns. Die haben diese Räume extra für uns gebaut. Hat ihr jemals Dinge gesehen, die vorher nicht da waren? Ich bilde mir das nicht ein. Wir haben die Wahl zu überleben. Ich will hier raus, und zwar sofort! Deshalb haben sie uns ausgewählt. Und sie sehen alle nur das gleiche.